Melli, hallo! Das heißt, was ich gerade denke, ist nur das hier. Und Sven, hi! Hallo da! Und Melli, nochmal alles Gute Nachträglich. Alles Gute Nachträglich. Ich hoffe, dort hast du eine wunderschöne Geburtstagsfeier gehabt. Nicht so wie damals. Hallo da! Ich hab den früheren Power Spike. Oben. Geben sie ab. Kannst du eigentlich fliegen. Ey, das war meiner. Ähm. Hier. Du warst zu spät dran! Oh mein Gott, ich hab mir draußen so... Wo? Hm? Wait. Wenn ich gesteckt hätte, wäre das geil gewesen, ey. Oh mein Gott! Ja, ich hab mit Flash gespielt. Ich hab ihn... Ich hab ihn... Ich hab ihn... Ich hab ihn... Ich weiß, ich kann sie gar nicht sagen, wo ich fahre, Melli. Ah, du kriegst gleich für mich. Geh raus, geh raus. Ähm, komm her. Geh raus, geh, 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 geh. So, so, so. So, so, so. Ich hab ihn... Also, ich hab vier Stück. Also, vier. Und so, zwei Mobs hab ich wegbekommen. Ich hab ihn... Ich hab ihn... Ich hab ihn... Das ist ein Y-Ausschnitt. Das ist ein X-Ausschnitt. Das ist ein X-Ausschnitt. Akte X. Ach so. Hui! Kennst du nicht, ne? Ich muss mich da konzentriert. Komm raus, komm raus, komm raus. Komm raus, komm raus, komm raus. Und dann töten wir dich gleich. Oh, friend's deck! Friend's deck! Lass ihn töten! Oh, oh, genau! Oh, nein! Oh, vier nicht! Du stirbst! Das war's dir nicht wert, dann. Glaub mir. Dein Leben ist dann... Okay. Dein Leben ist vielleicht nicht wert, aber... Oh, mein Gott! Ich hab B gedrückt! Ich hab einfach B gedrückt! Okay. Wo war's los, Fox? Äh... 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 alles gut ich hab dir was denn getan das galli habe ich auf arbeit gelassen wo es hingehört oder was kann er für nächstes oben okay ich kann noch gleich macht unten ist unten ich bin schon da ich stehe auf dem scheißfeld ich stehe auf dem feld vorrangig es läuft rein wenn ich kann mir nur ein bluder leisten und was der macht keine ordnung wahrscheinlich dass er vier stunden feierabend haben aber dafür dass ich gestern ob es gestartet habe läuft ganz gut oh mein gott das ist auch noch vier wochen das hat die botnein gegen gemacht ja hier hat sie überhaupt oder so ja das euch für dich breze ich habe es gehört kommt so und ich gleich mit der botten haben wir halt recht dominiert und manchmal kurz schnell das decken und steckst ne macho hallo wie eigentlich ich sehe den alles gut ich war doch weg also ich war doch so weit weg jetzt ist ein kleinstein ich muss ein bisschen fahren dass das problem und was macht machen wir doch alles klappt ich muss ein wenig andersrum und ich muss mal kurz hinter mir will das wieder aufgeben rio was soll das rio warum gibst du auf jetzt das nicht nichts wenn er jetzt überlebt nicht gerade lang gedauert im wix ist oben tötete die tötete das ist raus da aus der frau wenn wir spät genug kätchen können wir die tüten nicht auch registrieren wir nehmen müssen wir sollten wir eigentlich bekommen mit sekunden so schnell pass auf ja ich habe auch drauf oh mein gott das war so geschlecht von den jetzt nicht einfach im leben lassen soll der namen langer geht einfach in die form wie die hätte mich einfach so aufhalten können und kühlen können wenn jetzt raus wenn jetzt nein ich muss hier raus ich bin danke daniel aber ich weiß dass ich überbelichtet bin bisschen ich hab bloß keinen bock gehabt das einzustellen aber vielen dank für den hinweis hätte ich so die haben mich so hallo hallo was ist mit den so das kriege ich es ist nur der exakt kein burst damage ja lass lippen haltet die auf ja du musst du drauf du kannst glaube ich bei mir bei mir noch abgeben ich kann nicht 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 doch egal wir gewinnen das hier glaube ich auch die aus der rasse rasse jetzt ist das warm wie dampf rammelfleck ich habe noch zwölf punkt abgegeben oh mein gott mit autodäck wie der fliegt der kampf ist vorbei du hast doch echten schaden ich bin überrascht dass du dich weißt woher das kommt ich nehme mir sagt es gerade echt nix n64 sagt es dir was ja n64 kenne ich ok 103k sag dir die pokémon stadium was boah habe ich nie gezockt weil ich keine n64 hatte schlecht oh mein gott ja 103 damage ja das ist mein ding wieso warte 103 damage 16 17 17 18 20 21 22